So, dann gucken wir mal, wie nah wir gehen müssen. Ah ja. So. Dann werfen wir mal einen Feuerbau auf den Grizzly. Jetzt liegt nur noch der normale Peer. So, der Chaos Ring ist abgegeben. So, jetzt können wir die Simpfe ziehen und dort alle Behausungen übernehmen. Ich wünsche, ich könnte die Behausungen direkt übernehmen, aber ich kann leider nur die Toten, die rauskommen, übernehmen. Weil sonst würden da ständig neue Untote für mich rausploppen. Also ja, wie gesagt, es ist blöd, dass wir unsere Briganten am Anfang verloren haben. Ja. 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 Zwei Krypten hier, die wir leer machen können und dann müssen wir uns um den Schreckensmagier kümmern. Und dann geht es weiter zum Energieknoten. Ja. Ja, Voroklager liegt hier auch noch. Eigentlich, wenn wir uns jetzt der Behausung nähern, müssten die anderen Zombies und Untoten rauskommen. Ja. Da kommen jetzt die Voroks. Ja. Ich hoffe, ich hoffe. weil ich mal ein bisschen hast ja 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 so irgendeiner meiner zombies hat jetzt wieder irgendwas auf gesammelt und du und das packen wir mal zu dir dann kannst du auch das holz hier aufsammeln oder auch nicht so da ist der schreckens magier der unsere armee total dezimieren würde ich hätte allerdings jetzt erstmal gerne die zombies hier draus komm für die schneller wieder auf so jetzt warten wir bis das wieder aufgeführt ist und dann holen wir uns noch die restlichen zombies und die kleinen skelette die da drin wohnen so gehen zwar die zombie behausungen hier kaputt aber wir aber die haben eh eine ziemlich langsame vielzeit ja 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 Nahrung und Orksteine haben wir aufgehoben. So, jetzt all meine Truppen erstmal hier versammeln. Hatte ich nicht noch mehr kleine Skelette jetzt gerade einverleibt oder bin ich blind? Und Ork-Skelette, kleine Skelette, also normale Skelette, jede Menge Zombies oder sind die schon tot, die kleinen Skelette? Jetzt ist mir klar, wer den Fluss vergiftet. There's no stopping us. Our Lord is coming. The days of the living are numbered. Ha 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 ha. Yes. So. Irr-possible! You defeated me! To your knees, scum. I am the Dark Lord. I fail to recognize your human disguise. Please forgive me, Master. Stop poisoning the river and wait for my orders. Whatever you say, Master. Take this bottle of poison. I don't need it anymore. I have some black blood with me. I have a little black blood with me. I must store it somewhere. I must store it somewhere. Let me take it all to the lab, Master. I will take it all to the lab, Master. So, dann reden wir mal mit dem Schamanen, damit wir den Auftrag für den Trank kriegen. I think I know who it was. His name is Al-Zamul. He collects old books and scrolls. He'd die for the grimoire. Damn it. He got into the crypt before me. Why on earth do you need that book? Don't answer. I don't want to know. Help me, and I'll help you. Bring me the wisdom elixir, the potion every shaman dreams of. It's made of three ingredients. The magic tree's sap, the phantom warrior's plasma, and the fire demon's breath. Make me the elixir, and I'll help you get Hrol's grimoire. You will? I'll announce that I'll burn an old demonic scroll at the upcoming feast. That will pique Al-Zamul's interest. When the news reaches the old mage's ears, he'll beg me to buy the scroll. That's when you can sneak into his tower and get the book. I didn't know orcs could be so crafty. I'll get you the elixir, Beryllus. See you in Ardeg. Ja. An der Stelle warnen wir das letzte Mal. I can make the elixir in my lab, after I get the ingredients. As a bonus, I'll add a few drops of black blood to the mixture. The shaman will like that. Ja. Und Tote sind... Also Dämonen sind halt auch sehr gerissen. Ja, Sir. Ich hab mehr. Habe ich noch Platz? Ja, ich hab noch Platz. So. Dann bewege ich dich erstmal hier raus und löse dich dort auf, damit du... Ja. 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 Ich hab so viele angeschlagene Zombie-Truppen. Eigentlich sollte ich den letzten Orc zurückhalten. Wobei, halte mal, halte mal, halte mal, halte mal. Ja. Ja. Du hast nämlich noch den Orc-Stein. Den sollte ich auch noch übergeben. Und ja, hier ist ein Energieknoten und eine Phantom-Höhle. Mal gucken, ob die Phantome und die... Ja, eigentlich sind's eigentlich nur Phantome. so, äh... Da hängt mal wieder ein Zombie fest. Okay, es können auch noch Geister drin sein. So. Da ist etwas anderes, ich wollte dir sagen. Das war bald. Acht Junge. Und da ist das, was ich mit dir.